Millia geht so, oh oh Ganz moderner Mann, Haushaltsprofi Darum ist der hier, der muss mit dem Geld aushalten Und während er in der Frau auf der Couch sitzt, muss er Schaumsüppchen kochen Mit dem möchte ich nicht tauschen Obwohl, für den Tag Milliamarkt, ich bin noch nicht blöd Ich kann auch kochen